Was willst du tun, hä? Was willst du tun, Mann? Ja? Was willst du tun? Heute haben wir 1000 Abonnenten erreicht und ich bin so glücklich. Ich mag so eine Steampunk-Brille. Ich wollte mich bei euch einfach bedanken und das, das ist, was, was, das steht da. Was sagst du? Did you know that? Ach, scheiße, die Nachricht ist schon wieder weg. Ich bin so auf meinen YouTube-Kanal gegangen und ich so, was? Schon 1000 Subs? Did you know that? Die Nachricht ist schon wieder weg. Ich bin immer zu langsam. Aber ich wollte irgendwas sagen. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Verdammt. Man sieht ihm irgendwie sogar an, dass er nachdenkt. Ah, ich bin so süß. Ich bin so verdammt süß. Wow, ich habe... Also, wie gesagt, ich wollte mich einfach bedanken für über 1000 Subs. Und ich habe mir überlegt, ein Special-Video zu machen. Weil, ich weiß auch nicht, die meisten YouTuber machen das. Okay, nein, ich mache das Ding jetzt aus. Ich kann mich so nicht konzentrieren. Jedenfalls habe ich lange und gründlich überlegt, was ich in diesem Special machen möchte. Nur um festzustellen, dass mir nichts einfällt. Glücklicherweise konnte ich dieses Problem lösen, wie ich all meine Probleme löse. Mit Google. So stieß ich im Internet auf www.letsplayforum.de und entdeckte diesen Beitrag. S33K1N ist nämlich der Meinung, wenn dir selber nichts einfällt, dann mach auch. Nein, warte, das ist der falsche Beitrag. Xoneres hat auf diesem Forum nämlich eine unglaublich tolle Liste mit 100 Abo-Special-Vorschlägen gemacht. Und ich würde sagen, diese Liste werden wir jetzt einfach mal abarbeiten. Also, weise uns den Weg, o erleuchtete Xoneres. Nummer 1. Sich selber zeigen. Nummer 2. Dinge von sich selber zeigen. Mein Ellenbogen. Mein Locher. Meine Fanartwand. Mein Bett. Mein Frühstück. Nummer 3. Sich betrinken. Okay, da das Ganze ein YouTube-Video ist, darf es auf keinen Fall so aussehen, als ob ich es genießen würde, okay? Oh, diese Höhenqualen. Oh, das war zu viel. Oh Gott. Ich trinke eigentlich nicht. Oh. Mach das nicht. Ja, ich mach das nur fürs Abo-Special, okay? Ja, das reicht eigentlich auch schon. Nummer 4. Etwas zerstören. Nummer 5. Singen. I like big butts and I cannot lie. You other butts can't deny. That when a girl walks away with a itty bitty waist and a wrong thing in your face, you get sprung. Wanna pull up your tongue, cause you know the set butt goes stunk. Deep in the teeth she's wearing. I'm poked and I can't stop staring. Oh baby. I wanna get whipped up and take your picture. My homeboys try to warn me. But the butt you got makes me so horny. Rap-Skills auf einem ganz neuen Level. Nummer 6. Abonnenten vorlesen. Ich bin 11 und mach mir nicht in die Hose wie du. Ah. Wow, Facecam mit Farbton. Zahnbürste. Gutes Video, bruh. Du erinnerst mich an Brotwurst und ihr seid beide cool. Das ist echt so lieb von dir. Ich bin genauso gut wie Brotwurst. Das Sebil hab ich auch. Du bist ein kleiner Schwuchtel. Ich hab immer meinen ganzen Bildschirm bespuckt. Voll dann jesten nachgemacht. Ähm, da hat er recht. Hallöchen, Popöchen. Hallo. Hey ho, nice Video, bro. Gutes Gameplay, schau mal bei uns vorbei. Du siehst ein bisschen aus wie Shuffle. By the way, liebe deine Wits. Sehe ich ein wenig aus wie Shuffle? Ihr seid die Richter. Coole Videos. Abonniert mich auch mal, please. Liebe Grüße, Dirty Silent. Nummer 7. Wir wollen heute mal etwas ganz Besonderes spielen. Etwas Bahnbrechendes, Revolutionäres. Das ist relativ unbekannt. Vielleicht kennt es der eine oder andere von euch trotzdem. Das Spiel nennt sich... Nummer 8. Ein Best-Off machen. Ein Best-Off hab ich bereits gemacht. Klicke hier drauf, um es zu sehen. Und da warst du zu langsam. Da ist es wieder. Oh Gott, nein. Was mach ich hier? Nummer 9. Oder einfach nur Danke sagen. Danke. Danke. Ich weiß nicht, wieso ich da gerade lachen muss. Liegt vielleicht immer noch an dem Jackie, den ich vorhin getrunken hab. Der steigt mir, glaub ich, ein bisschen zu Kopf. Danke. 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 Okay. Ich denke, das passt. Und zum Abschluss noch Nummer 10. Etwas, das nicht auf Xoneres Liste aufgeführt ist, sondern das ich mir tatsächlich selbst überlegt habe. Die Hot Sauce Challenge. Die scharfe Soße, die ich extra für diesen besonderen Anlass bestellt habe, nennt sich Blair's Ultra Death Sauce. Einige von euch wissen bestimmt, dass besonders scharfe Lebensmittel in Scuble Units eingeteilt werden. Also das ist quasi, je mehr Scuble Units ein Produkt hat, umso schärfer ist es. Und ich hab eben mal hier nachgeguckt, wie viel diese hier hat. Und als Vergleichswert habe ich einfach mal die typische Tabasco-Soße rausgesucht, nämlich die hier. Ich denke, die kennt so ziemlich jeder. Und zwar hat die gerade mal 2500 Scuble Units. Und meine liegt ein bisschen weiter oben. Nämlich bei 1,1 Millionen. Hier, Blair's Ultra Death Sauce. Das ist das, was wir haben. Und ja, ich bin schon total gespannt. Ich werde also ein bisschen was von der Soße probieren und dann spielen wir The Unfair Platformer, was ein Rage Game ist. Und wir schauen dann, wie lange ich durchhalte. Und ich habe schon für alle Fälle mir so einen kompletten Kübel Milch mitgenommen. Ich werde das jetzt auch schon mal aufmachen, falls ich es dringend brauche. Also die Aufnahme fürs Spiel läuft schon mal. Wir packen jetzt dieses Ungetüm mal aus. Ich weiß echt nicht, ob das so eine gute Idee war, aber mir ist echt nichts anderes als Special eingefallen. Ich war schon glücklich über die Liste da, die ich gefunden habe. Aber im Nachhinein habe ich mir überlegt, so irgendwie ist das zu wenig. Heilige Scheiße, dass ein Totenkopf-Anhänger hat. Aber man sieht ihn gar nicht andersrum. Jetzt guck schon in die Kamera, Jim. Wenn ich das richtig in die Kamera halte, sähe es bestimmt so aus, als hätte ich einen Totenkopfschädel. Wartet. Wartet. Gleich. Noch ein bisschen drehen. Perfekt. Es sieht auf jeden Fall schon ziemlich böse aus. Wir machen es mal auf und gucken. So, das hänge ich jetzt einfach mal hin. Dann kommt das noch viel cooler und es passt mehr zum Video. Ingredients 900 times hotter than Jalapeno Chili. Nice. Ich weiß nicht, wie viel ich nehmen sollte, aber ich gucke jetzt einfach mal. Kann man sehen? So einigermaßen. Okay. Ist das ein Tropfen? Ich weiß nicht, wie ein Tropfen? Ja, wir machen noch einen. Oh, fünf. Fünf Tropfen. Ich denke, das reicht, oder? Ich hoffe es. Keine Ahnung. 1,1 Millionen Scouble Units ist nicht ganz ohne. Ich denke, das reicht. Okay, ich drücke schon mal auf Play. Wir sind jetzt im Spiel. Hier haben wir Blairs Ultra Deathsauce. Ich mache jetzt einen schönen Food Review und ich erzähle euch im Nachhinein dann, wie lecker das geschmeckt hat, okay? Okay, also hier ist es. Ich glaube, ich stehe mir dran. Oh. Oh Gott. Oh. Wo ist das schon? Oh Gott. Oh, shit. Nein. Oh, fuck. Oh. Oh, Gott. Oh. Oh, es wird immer schlimmer. Oh. Oh, zum Glück habe ich nicht mehr genommen. Oh. Oh, das Atmen tut weh. Oh. Das Atmen tut weh. Oh. Oh, shit. Oh nein, wieso mache ich das? Das tut mir weh. Das tut mir weh. Oh Gott. Oh, wie komme ich da rüber? Wie komme ich da? Oh Gott. Was macht ihr da? Oh, du bist ein Idiot. Du bist ein scheiß Idiot. Oh. 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 Atmen. Ah, nicht zu viel Atmen. Ah. Es fühlt sich so an, als wäre mein Speichellaber. Ah. Oh. Okay. Ich schaffe nicht mal das Tutorial. Oh. Was mache ich? Oh. Was soll ich machen? Oh. Meine Augen. Seht ihr das? Oh, toll. Oh. Das hätte ich mir denken können. Meine linke Hand zittert. Oh. Oh. Nein. Wie will ich. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Lass mich das schaffe. Lass mich das schaffe. Bitte. Einfach nur. Einfach nur springen. Spring doch. Oh. Verfluchte Scheiße. Meine Hände zittern. Übertrieben. Muss ich früher springen? Oh. Ich weiß nicht, wie ich rüberkomme. Ich fühle mich so merkwürdig. Alles kribbelt. Mein ganzer Körper kribbelt. Ich will das nicht. Ich will das nicht mehr. Ich will. Hallo. Könnt ihr meine Mom anrufen? Oh. Oh. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkomme. Oh Gott. Ich bin ein Idiot. Ich muss einfach nur. Ich bin so ein Idiot. Es ist. Es ist. Wieso komme ich da nicht so auf? Hilfe. Holt Hilfe. Oh Gott. Das tut so. Mein ganzes Gesicht vibriert. Bleh. 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 Es hilft. Bleh. 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 Hehehe. Hehehe. Ah Gott. Ich bring's rüber. Oh. Boah. Oh mein Gott. Ich lauf drunter. Okay. Blueflex. Checkpoints. Oh. Checkpoint. Checkpoint. Leute. Ich schaff das. Ich schaff das nicht. Oh. Okay. Okay. Wenigstens. Checkpoint. Du bist eine Bitch. Oh Gott. Du überhaupt. Ich bin wirklich. Oh. Hör auf das zu machen. Äh. Hör auf. Oh mein Gott. Oh ja. Ich hab's geschafft. Oh. Oh shit. Okay. Ich kann das schaffen. Ich kann's schaffen. Du verdammtes Motherfucker. Oh ich kann nicht. Äh. Ich kann nicht mehr. Oh du Scheißteil. Oh wieso. Wieso tut's mir das an. Es fühlt sich an als hätte ich Ameisen unter der Haut und Feuer in meinem Mund. Nein. Vielleicht kann ich auch drunter laufen. Oh wartet. Ja es geht. Oh ich bin so glücklich. Es. Oh. Oh es wird immer schlimmer. Es. Oh. Bleh. Bleh. Ich kann es schaffen. Nur das erste Level. Nur das allererste. Oh. Bleh. Sp. Oh. Oh. Ihr habt mich an meiner Spucke verschluckt und es brennt. Oh. Oh fuck. Oh. Okay. Oh. Okay. 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 Ja nein. Ich kann es schaffen. Was machst du? Oh. Oh. Ich glaube ich mache echt komische Geräusche. Bleh. Oh. Oh mein Gott. Spring. Spring doch. Oh du Scheiße. Mein Gesicht fühlt sich taub an. Oh. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Oh. Nein du verdammtes Snitch. Das war neu. Okay. Das ist mir noch nicht passiert. Oh. 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 Spring doch du. Spring. Ich spring jetzt oben. Was mache ich? Ich kann nicht mehr klar denken. Ach du verdammte Bitch. Huuuuh. Lass mich. Lass mich hier einfach nur. Bitte. Bitte. Du verdammte. Okay. Obendrauf. Obendrauf. Jetzt hier. Nein. Okay ich kann es schaffen. Nein. Wieso. Wieso tust du das? Okay ich kann das. Ich kann das. Ich kann das. Ich will doch einfach nur da durch. Einfach nur da durch. Ich hasse dich du Scheißspiel. Huuuh. I. Ah. Ah. Bleh. Oh mein Jesus. Jesus. Oh. Spring. Spring. Nein. Was willst du? Rüber. Rüber. Nein. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Sorry. Ich brauche diese Milch. Ja ich will Milch trinken. Ich kann. Ich kann meine Hände klammen. Die verkrampfen sich ganz komisch. Und ich glaube mein Mund ist auch merkwürdig. Also. Ich kann irgendwie das ganz komisch halten. Und auch meine Hand. Ich kann die nicht schneller bewegen. Gerade die ist total verkrampft. Und mein Mund ist so. Ah. Okay. Wartet. Oh das hilft. Entschuldigung. Äh. Ich will noch mehr Milch trinken, aber ich kann kaum noch Oh, aber es brennt wenigstens nicht mehr Mein Gesicht und meine Also mein Gesicht zittert irgendwie Und meine Hände verkrampfen sich Die sind mega verkrampft Das ist, als wärt ihr Ganz lange draußen in der Kälte Und dann könnt ihr ihre Hand Dann könnt ihr eure Hand nur noch so bewegen So ist das gerade Oh Gott Jetzt kommt es wieder Wenn man aufhört Milch zu trinken, kommt die Schärfe wieder Also Oh Gott Die Ich kann nicht mal mehr Englisch Geschmacklich Eher eine 2 Schärflich Schärfhaft Eine glatte 1 Eine glatte 1 Million Oh Gott Oh Gott, wann hört das auf Oh, ich hab mich verschluckt Ich hab mich verschluckt, obwohl ich schon runtergeschluckt hab Das macht Sinn Ich möchte nur sagen Vielen Dank für über 666 Abonnenten Ich hab nie mit so viel gerechnet Es bedeutet mir viel mehr, als ihr vielleicht denkt Oh Gott Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen Wenn dem so ist Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben dalasst Und es mit euren Eltern teilt Und dann seh ich euch im Nächsten Teil Macht's gut Bis zum nächsten Mal Tschüss Pool